Sagen Sie noch mal ganz kurz, was eigentlich Ihr Problem war. Ich bleibe zur Zeit so viel um die Ohren, dass ich mir Ihren Fall gar nicht mehr angucken konnte. Ja, also, also, mein Problem ist das, dass man mich nicht so richtig warnend übersieht. Okay. So, und dann bin ich zu einem Coaching gegangen. Oje, oje. Das ist doch, das ist ja nicht mal falsch, das ist ja geradezu zynisch, weil ich doch zunehmend gar nicht mehr den Weg meines eigenen Interesses beschreite, Ja, sondern zunehmend. Gewegt werde. Ja? Die Umstände wegen mich. Ich werde gewegt. Sie werden auch gewegt. Ohne Gnade werden Sie gewegt. Und ich meine, sagen Sie dann mal einer gewägten Postpersönlichkeit ins Gesicht. Ey. Kein Problem. Der Weg ist das. Wenn das nicht super, das ist doch super kränkend. Den Wasserwirsch! Ah! Es ist möglich, dass der Aufbau schöner Erlebnisse gar nicht mehr gelingt, was auch immer zur Verfügung stehen mag. Neu. Traumhäuser. Traumautos. Traumpartner. Traumautos. 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 Traumautos.